Gut, jetzt Schembrunn. Ein paar Eindrücke. Also normalerweise ohne Stabilisator Dinge, die unmöglich sind. Die Vögel waren sicher acht Meter weg. Die Affen noch viel weiter. Ja, der Kleine ist auch da. Ja, da der Bär, den hat man fast mit freiem Auge nicht gesehen, also so hat die Kamera aufgehält. Fledermaus-Höhle. Das kommt ungefähr hin. Ein bisschen dunkler war es drin. Mich hat auch verwundert, dass die in ihrem Zaun scharf gestellt hat. Die hat eigentlich immer auf die Tiere scharf gestellt. Von ganz von alleine. Ich habe da nicht viel gemacht. Ich habe einfach Automatik. Also so wie ich halt wollen habe. Auch Makro. Also ich war voll begeistert. Ohne jetzt irgendwas umzustellen. Einfach Automatik. Kleine Tiere, große Tiere. Hinten dann wegfahren. Da war ich auch irre weit weg. Das sowieso. Jetzt kriegt er auch nicht. Und dass sie Balle spielen. Leider hat es ein bisschen geregnet immer. Geregnet Sonne, Regen Sonne. Der Bander. Naja, der war nur kurz da. Dann hat er sich mit dem Rücken her gesetzt. Wollt er nicht mehr. Auch von der Seite durch zwei Gläser durch. Und wieder zack. Amesen gefilmt. War begeistert. Also bin ich echt begeistert von der Kamera. So, das war jetzt einmal. Schönbrunnen jetzt zum Epp. Wahnsinn. Ich will euch hier wieder ein bisschenше auf der Seite. Ich bin. So, jetzt muss ich hier bei euch ist es jetzt gemeinsam. So, jetzt bin ich hier mal. So, jetzt bin ich hier ein bisschen. Und da bin ich mal mal. So, jetzt die bin ich nicht. Vielen Dank.